Schönen guten Tag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich schaue kein Fernsehen mehr oder ich schaue auch keine Internetseiten mehr an. Es ist nicht mehr auszuhalten, nur noch negative Corona-Informationen. Mein Name ist Horst Huber, bin Geschäftsführer und Inhaber von Werk 2. Und seitdem ich berufstätig bin, bin ich Unternehmer. Ich habe in meinem Leben als Unternehmer schon etliche Krisen bewältigt. Am Anfang meine ersten Hinterhof-Garagen-Firma haben Kunden nicht bezahlt. Ich wusste nicht, wie ich die Gehälter meiner Mitarbeiter im nächsten Monat bezahlen soll. Ich habe mal meinen wichtigsten Entwickler verloren von heute auf morgen. In der Finanzkrise sind uns die Lizenzumsätze und das als Softwarehersteller ist das schon eine harte Nummer. Da sind uns die Lizenzumsätze von heute auf morgen vollständig eingebrochen, fast ein ganzes Jahr. Und jetzt die Corona-Krise. Ich habe einst in 30 Jahren Unternehmerschaft gelernt, dass eine Krise, egal woher kommend und wie ausgeprägt, auch eine Chance für Veränderung ist. Und das ist kein leeres Beratergewäsch, sondern das ist meine persönliche Erfahrung als Unternehmer. Natürlich ist die Corona-Krise beängstigend und für uns alle, für unser soziales Umfeld, wie es unsere Kanzlerin sagte, seit dem Zweiten Weltkrieg nie da gewesen. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, auch positive Dinge, zumindest für das eigene Unternehmen zu sehen, Dinge zu verändern, die Digitalisierung voranzutreiben und daraus auch eine Chance zu sehen. Und wenn auch die negativen Neuigkeiten überwiegen, auch anfangen, positive Nachrichten zu kommunizieren in diesen schweren Zeiten. Für uns persönlich heißt das, wir mussten, wie viele andere Unternehmen, unseren Kundentag, den Print-Day verschieben, schweren Herzen. Aber wir haben schon für Oktober, November einen neuen Termin festgesetzt und geben Vollgas nach der Krise. In dem Sinne, vielen Dank und alles Gute.